Hallo und willkommen zu einer neuen Comic-Empfehlung des US-Comic-Versands Harald Grimm. Heute empfehle ich euch Greenlander Rebirth von Jeff Jones und Eason von Skyver. Einst war Hal Jordan der größte aller Greenlandern, doch dann wurde er wahnsinnig, wurde zum schurkischen Parallax und bei dem Versuch, sich selbst zu erlösen, zu Spektre, dem gottähnlichen Geist der Rache und dem Zorn Gottes. Doch das Schicksal war mit ihm noch längst nicht fertig. Greenlandern Rebirth erzählt, wie ein furchtloser Mann versucht, sein Leben neu aufzubauen und wie dadurch eine Bedrohung aus den Weiten des Universums in Gang gesetzt wird. Jeff Jones hatte es nicht leicht, aus dieser Konstellation die Wiedergeburt Hal Jordans als Greenlandern zu erzählen. Doch ihm gelang mit Greenlandern Rebirth ein Meisterstück, das nicht nur die Ländern-Fans verzückte und das Eason von Skyver zeichnerisch gekonnt in Szene setzte. Es gelang dem Kreativ-Duo, einem altbekannten Helden buchstäblich neues Leben einzuhauchen und ihn somit auf den Weg zu schicken, neue fantastische Abenteuer zu erleben. Na, da bleibt mir doch nur noch übrig, euch wie immer viel Spaß beim Lesen zu wünschen. Vielen Dank.